Rind und Spargel. Es ist ein paar Tage her, da traf ich Kevin. Und Kevin fragte mich, hey, was hast du so gegessen? Und ich sagte, einen Burger mit Rind und Spargel. Also da war 100% Rind drauf und Spargel. Aber das ist noch nicht alles. Stell dir mal vor, ganz zum Schluss, da haben die da Hollandaise drauf gemacht. Kevin fragte mich dann, wie dieser Burger heißt und ich habe einfach dann zu ihm gesagt, Spargelröhrchen Beef Burger. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.